Werden Sie jetzt Abonnent auf Wikisana. Wir denken am Tag mehr als 60.000 Gedanken und der überwiegende Teil ist keineswegs positiv. Herzlich willkommen, schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen spannenden Gast. Bakit Nur ist bei mir. Sie ist eine Ärztin für Anästhesiologie und Intensiv- und Notfallmedizin. Sagen wir mal, sie war Ärztin in diesem klassischen Beruf, aber hat ihren Weg inzwischen etwas verändert. Und das wird sicherlich auch zur Sprache kommen. Aber grundsätzlich geht es uns heute um Gedanken. Und was machen Sie mit uns? Wie wirken Sie auf unsere Gefühle? Wie wirken Sie auf unser Leben? Welche Lebensbereiche beeinflussen Sie überhaupt? Und das ist eine ganze Menge. Bleiben Sie also dran. Es wird spannend. Sicherlich auch für Sie. Hallo, liebe Bakit Nur. Schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich immer wieder sehr auf die Gespräche mit dir. Hallo, Alexandra. Ich auch. Ich habe es ja schon kurz eingeleitet. Du bist eine klassische Medizinerin gewesen. Und ich sage es immer ganz gerne vorab, dass die Leute so einen kleinen Einblick bekommen in dein Leben. Du hattest eine schwere Erkrankung oder beziehungsweise eine schwere Krebsdiagnose, Bauchspeicheldrüsenkrebs und bist aber vollständig genesen. Und das dank einer Lebensveränderung, die du erfahren hast, die über dich gekommen ist, wie auch immer. Das kann man auch in deinem Buch, glaube ich, nachlesen, hast du schon gesagt. Bakit Nur, mein Leben, Medizin und Heilung heißt das, glaube ich. Genau. Aber darauf wollen wir jetzt heute eigentlich gar nicht so sehr eingeben. Aber Gedanken haben natürlich auch wahrscheinlich bei deiner Genesung eine Rolle gespielt, oder? Bei meiner? Ja, selbstverständlich. Ja. Also grundsätzlich wollen wir uns heute ja mal mit dem Thema auseinandersetzen. Was machen Gedanken mit uns? Wie wirken sie auf unseren Geist, auf unsere Psyche, auf unsere Physis und auf ganze Lebensbereiche? Wir haben kurz im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, über Kinderlosigkeit, warum oder wie kommt es zustande, dass es ein Paar, die eigentlich alles haben könnten, aber die eben einfach gerade diesen Wunsch sich nicht erfüllen können. Inwiefern spielen da oder können da Gedanken mit hineinspielen? Selbstverständlich bei denen, außer den schulmedizinischen Ursachen, es gibt noch andere Bereiche. Bei mir war, ich möchte nur einfach so erzählen, bei mir war einmal eine Dame, wunderschön gebaut, weiblich, so Kurven, so seitlich, wenn man schaut, richtig eine Flaschenkurve, so eine gebaute Frau, richtig konnte. Und sie ist verdient gut, gut lebt, hat sie einen tollen Mann und sie ist über 40 und so alles, ja. Und sie hat bekommen und sagt, ich bekomme kein Kind, was die Ursache, sagt sie, rein schulmedizinisch und so, ich bin gesund, aber ich bekomme kein Kind. Und dann schaue ich an und da sehe ich die Oma, mutterliche Seite Mutter und sie ist erzählt von ihrem Leben. Und sie erzählt, sie ist, da schaue ich an und sage, mein Gott, habe ich gesagt, sie erzählt, sie zeigt mir sofort in einem Häuschen, sagt, ich habe dieses Haus Stein für Stein gebaut. Mit jedem Stein, ein Stück meiner Gesundheit mit diesem Haus, bis ich aufgebaut habe. Nebenbei habe ich acht Kinder bekommen, sie hat viele Kinder, ich habe viele Kinder, sie hat keine Zeit gehabt für sie. Sie ist so müde, Stein, Haus gebaut, viele Kinder gebracht und dann erzählt sie mir, sagt sie, sie hat so nasevoll von diesem Leben gehabt, sagt sie, bitte. Und sie sagt sie, keine Kinder, bitte macht euch frei, lebt doch für euch, Gedanke, durch diese, ihre Leben, dass sie hat, durch ihre schweren Lebensumstände. Es ist nicht, dass ich nicht Kinderlebt gewesen, eine wunderbare Frau, sie ist herzhaft, so, nur dieser Mensch hat keine Zeit für sich selbst gehabt. Leben, diese Umstände, schweren Lebensumstände, ihre haben so Spuren hinterlassen, dass sie hat nicht die Zeit, sie nicht ausschlafen könnte, nicht ausruhen könnte. Sie war für Kinder zuständig, für Haushalt war zuständig. Nebenbei Haus bauen, zusammen mit dem Mann, sagt sie, wir haben Stein für Stein Haus gebaut. Aber mit jedem Stein habe ich mir selbst das Leben schwer gemacht, so, Haus aufgebaut und Leben schwer gemacht, sagt sie. Ja, bitte nicht, keine Kinder. Und sie kann, sagt, sie war durch die acht Kinder, durch schwere Leben, eine schöne Frau sagt, schau mal, ich hänge bei mir. Meine Busen hängen, mein Körper hängt, alles hängt. Sie war so eitel bisschen, ja, sie sagt, alles, aber wenn du keine Kinder bekommst, schönes Leben wirst du nicht, guck mal an dich, wie schön bist du. Brauchst du denn noch Kinder oder sowas? Ihre Lebensart und Weise überträgt das, die Dinge. Und interessant, was ich bemerkt habe, ist, in der Familie, wenn die Kinder, erste Kinder, nach der Reihe, erste Kinder bekommen sie alles von Vaterseite. Zweite Kinder, Mutterseite übernehmen sie. Dritte, 50, 50 und vierte rutscht auf die Erstklasse, Erstgeborene, fünfte auf Zweitgeborene und so wiederholt sie sich wieder. Und bei ihr, sie hat acht Kinder und sie hat es drei Mädchen gebracht auf die Welt. Und bei diesen drei Mädchen, die sind ihre Position, Mutterposition haben sie alle, ja. Und bei denen jeweils haben wir angeschaut, genau zweitgeborene Tochter, bei jeder von denen, weil die von Mutterseite übernehmen Probleme, sie ist von jeder von ihren drei Töchter zweitgeborene und jeder kriegt kein Kind. Und ich musste das auflösen bei denen. Jetzt muss ich nur noch mal kurz einhaken, damit der Zuschauer uns folgen kann. Also du hattest die Patientin, oder die Patientin kam. Ich kam die Frau und rolle ich ab und rolle ich die Geschichte von ihrer Oma und von ihren drei Kindern. Und das ist eine von diesen drei, ihre Töchter, ihre Mutter. Aber sie hat noch zwei Töchter. Genau. Und du hast die Gabe, dass du das siehst, ne? Ja. Das wollte ich nur noch vervollständigen. Ich bin ein Medium, ich kann diese beschweren und die Ursache, ich schaue als Heilerin auf andere Ebene. Was ist noch dahinter? Was ist das, was in der Seele macht? Was für ein Ding, das die blockiert, das der Körper blockiert, zu dem, was er für was und was die Seele wünscht, zur Erfüllung zu kommen. Von irgendwas, die Seele will frei werden, ja. Und wenn in dem Moment, wo die Seele kommt, als die Wachter komme ich in diese Welt, in diese Körper, dann nehme ich das Gehirn von Mutter und Vater. Aber im Gehirn überall diese Gedächtniserinnerungen, Gedächtnis von ihren nicht verarbeiteten vergangenen Problemen, Traumaten, Ereignissen, die nicht verarbeitet wurden. Interessant, Glücksmomente, nichts speichert nicht. Nur die Schmerzmomente gespeichert werden. Und diese, ich bekomme mit. Und jetzt, bevor meine Seele sich vorankommt und sein Potenzial, meine Seele kann ich ausleben, das, was ich bekommen habe von Vater und Mutter, das steht wie ein Block, der lässt mich nicht durch diese Zwinge rauskommen. Das ist wie etwas angezogen auf mich und lässt nicht. Und das ist, und deswegen diese Frau, junge Dame, alles hat, finanziell, alles hat schön, aber ihre Wünsche nach Kind nicht erfüllt. In diesen Dingen. Ich habe zu genießen, mit den Kindern sitzen und so. Sie war für alles zuständig. Und dann ist nachher gezehrt. Und sie ist mit, habe ich nicht gewusst, danach diese Frau erzählt, sie ist mit gerade mit 50, über 50 gestorben, diese Frau. So früh gestorben auch. Und sie sagt, dann wird ihr ausgelaugt, dann ihr seid, ihr lebt nicht, habt ihr kein Glück. Und ihr Leben ist in die Hölle, wandelt sich. Ja, nicht Kinder kriegen. Und diese Töchter, ihre drei Töchter, und eine ist von der Töchter ihrer Mutter. Sie ist bei ihrer Mutter zweitgeborene. Andere, von anderen Töchtern, auch zweitgeborene Töchter, alle drei haben sie keine Kinder, haben sie nicht gekriegt. Da haben wir das gelöst, das Problem, und das interessante Feedback war, buchstäblich, nachdem es bei mir waren, die anderen zwei in Amerika leben, ich glaube, die kam, die Dame hat gesagt, die sind schwanger geworden. Beide einen Monat, nachdem ich einen Monat, andere nochmal einen Monat später, schwanger geworden sind. Und die haben sie gesund auf die Welt der Kinder gebracht. Es ist schon interessant, aber sie ist nicht schwanger geworden, bis heute, aber sie hat noch von der Vaterseite getragen. Und dann hat sie gesagt, ich will es nicht, hat sie gesagt. Sie ist danach ein bisschen schwanger geworden, ist abgegangen. Bei ihnen noch andere Umstände zusammen haben sie eine Rolle gespielt. Ich möchte damit, das hat sie in Bewegung gebracht, sehr viel in Bewegung. Und diese Frau, durch die Sitzung, hat ihre Wünsche nach dem Kind bekommen, hat sie mit dem abgegeben, auch im Universum, nicht mehr gekränkt, mit Frieden, mit allen. Sie hat es damit noch zusammengesetzt und abgegeben, aber ihre anderen zwei haben sie bekommen. Sie waren ein paar Jahre jüngere, haben sie es bekommen, Kinder. Ich möchte sagen, warum ich dieses Beispiel erzähle, ich auf Glücksmomente, wo man völlig glücklich diese Kinder wünschen kann, wie ist das? Das spielt Gedanke aus diesem Leben. Jeder Mensch kann in einer, derselben Situation befinden. So viele Menschen befinden in so einer Notsituation, viele Kinder, aber der Gedanke rausgezogen spielt die Rolle. Einer sagt so, und diese Frau war, sie war mit ihrem Körper ausgemärkert, hängende Busen, hat sie gesagt, da kannst du nicht so schön bleiben, wie du jetzt und so. Und dieser Gedanke, anderer sagt nochmal andere Gedanke. Die dritte sagt, ja, es statt so ein Leben leben, besser ich sterbe es. Und dann, wenn diese alles baut auf und möchte leben und plötzlich kommt tödliche Krankheit. Und hat gerade alles aufgebaut, um schön zu leben. Diese Gedanke abzulesen, aber im Gedanke, das zu verstehen, welchen Hintergrund, welche Bedeutung hat, musst du ein Ereignis sehen. Und dann kann ein Problem gelöst werden. Aus der schulmedizinischen Sicht war alles in Ordnung, aber trotzdem hat sie es nicht bekommen. Und das ist der Punkt. Ich möchte damit heute sagen, das, was ich mache, steht auf keinen Fall im Klitsch mit Schulmedizin. Auf keinen Fall. Und ich sage nicht, das ist die nur einzigste Methode. Es ist noch ein Teil des Sichts. Wenn wir nehmen, zum Beispiel, wenn ich nehme dieses Glas, das eine sieht wie die Kehlform und das. Aber wenn von vorne siehst du, dann siehst du, das ist rund. Jetzt kann man eine, die welche von oben sieht, sagt rund. Und ich sage, ja, diese Runde, dieser hat diese. Und wir werden beide reden von dieselben Sachen. Am Ende ist es ein Glas. Und deswegen ist das... Der Blickwinkel ist unterschiedlich. Ja, vervollständigt Sichtweise für dieses Glas. Und das ist das, die Vervollständigung für jenige Probleme, ob gesundheitlich oder psychisch oder was fehlt noch zu vollem Glück. Was fehlt es noch? Und das ist das, der Punkt, wo ist das zusammen eine Rolle spielt, eine. Diese Sachen ist, ich habe es noch eine, sage ich so, kam zum Beispiel ein Ehepaar in der Rente. Und die waren so todunglücklich, dass ihre Schwiegertochter, ein Sohn haben sie, verweigert Kontakt mit ihren drei Kindern zu Opa und Oma. Sie verweigert Kontakt zu uns. Und wir lieben unsere Enkelkinder und sie will nicht mit uns Kontakt. Und sie hat nicht mal Ahnung gehabt. Wieso, warum? Ich habe mit ihr angeschaut, mit der Opa und Oma. Und dann sehe ich, dass diese Schwiegertochter bei ihr daheim, sie ist, wo es herkommt, dass ihre Opa, väterliche Seite Vaters, die haben sie in einer großen Sippen gelebt. Das ist in einem Haus, mehrere Generationen. Und er ist als junger Mensch, wo die Kinder auf der Welt, könnte nicht die Entscheidung treffen, ob Namen zu nennen, Vornamen zu nennen, könnte nicht frei sein Leben entscheiden. War abhängig, was die ältere Generation sagt. So war es früher. Jetzt ist nichts mehr. Früher so gewesen, dass man nicht freie Entscheidung treffen kann. Ist abhängig davon, wenn man mehrere Generationen leben, haben sie ältere Generationen bestimmt wie jüngere Generationen. So war es gewesen. So ist es gewesen. Und da hat er gesagt, wie schön, er hat gesagt, wie wäre es schön, wenn ich könnte nur mit meinen Frauen, mit Kindern, ohne diesen Opa, einfach für uns selbst leben. Und sie schirmt ab, will nicht. Das ähnliche, liebt diese Dinge. Und da habe ich das angeschaut, diese Dinge. Und das Interessante ist, ich habe kurz vor Weihnachten angeschaut. Weihnachten, sie hat Kinder gebracht und hat sie zu Opa und Oma, die waren sowas geschockt. Wir haben wieder Kontakt. Seitdem liebevolle Schwiegertochter, Brinkite, Lester bei denen und so alles, ist eine liebevolle Beziehung entstanden. Es ist, manchmal ist diese Störer, ohne dass man weiß, ist etwas und Verhaltensstör, Verhaltensart so, dass Mensch nicht merkt, es steht ihm im Weg, glücklich zu sein, aber er kann nichts tun gegen seine eigene Verhaltensart. Das ist so, das gibt es auch. Und so habe ich einige Verhaltensart in der Familie gelöst durch die anschauenden Hintergründe. Und er löst sich. Hat es dann gereicht, die Hintergründe nur anzuschauen? Hintergründe angeschaut, in diesem Fall angeschaut. Und auf der Ebene haben wir gelöst, in der ferne Engelwelt, wenn es gibt, das mitzusehen. Und die Lösung dann entkuppelt. Ihr Verstand löst sich von dieser Vergangenheit. Da haben sie Engelwelt Zugang zu mir zugelassen. Und dann ist das, wir haben, ohne dass sie gewusst, haben wir ihre Verkupplung zu der Vergangenheit aufgelost. Wirkung, die Vergangenheit auf ihre Gegenwart. Wir haben auf Distanz, habe ich erklärt, das ist nicht der eine Erlebnis, dass die Dinge, Bewusstsein, Verstand, Bewusstsein, Seele kann den Verstand beeinflussen. Und dass die Seele ist mit zusammengeführt und ich habe auf ihr Gehirn und so alles gewirkt. Aber diese Wirkung auf die Fremde, ohne das Erlaubnis, es ist so, nur wird zugelassen, wem wird zugelassen, ohne das zu manipulieren, diesen Menschen. Dieses Problem hat diese junge Dame selbst gestört. Und ihr Glück nicht vollständig genießbar gemacht. Wenn sie abgeschirmt hat, sie hat mit eigenen Eltern wenig Kontakt und weiter. Mit dieser Opa, Oma, die sie in der Nähe hat, hat sie abgeschirmt. Aber ihr Mann hat es damit nicht ganz zurechtkommen können. Und dadurch haben sie andere gelitten. Aber es ist jetzt, soweit ich weiß, viel bekommt, wunderbare Beziehung. Und die ist inzwischen eine, die Opa und Oma lieben diese schöne Tochter. Und sie ist, die nur kommt und dann ist das die Dinge, das ist so eine glückliche Familienleben. Und mit Tränen in den Augen haben sie berichtet. Das sind die Glücksgefühle, wo noch fehlt etwas zu Glücksmoment. Ich habe alles, aber ich bekomme nicht das. Und was ich liebe gerne, wenn man in diese Stufe kommt, wo eine lindert diese Glücksmomente den anderen. Oder was ist da? Und da sind die Gedanken entstehende. Und diese Gedanken lassen sie nicht zu. Das ist wie eine feste Festung, aus der du nicht rauskommst. Dein Verstand kommt nicht raus. Denn dieses Gehirn, der falschen Verstand lebt, in falscher Zeit. So ist das, so ist das. Und gar nichts mehr hat im Gegenwart mit dieser Situation zu tun. Hat dort gelebt, hat das zusammen irgendwann zusammen, unter irgendwelchen Umständen dieses Ereignis wachgerüttelt wird. In einem schläflichen Zustand. Aber was? Ein Kind, zweites Kind, drittes Kind und dann möchte sie selber diese Ängste und so alles. Und dann ist sie aktiv geworden. Sie möchte nur mit ihrem Mann, mit Kindern zurückziehen und für sich leben, als ob bei ihr weniger wird. Also wir halten mal kurz fest, was du schon Wichtiges gesagt hast. Dass man eben Gedanken, also vor allen Dingen negativer Form, die werden auch weiter vererbt an nachfolgende Generationen. Genau. Durch die Ereignisse entstanden, konkrete Gedanken. Konkrete, nicht das die Dinge. Es ist konkrete. Bei dir war, Familie, wie schön wäre, einfach allein, nur mit Mann und mit Kindern allein zu sein. Zur Familie, Opa, Oma nicht gehören, weil die haben sie immer bestimmt früher. Aber diese bestimmen die nicht. Hier ist die Situation anders. Also konkrete Gedanken und Gedanken, die aus traumatischen Erfahrungen heraus resultieren. Ja, ja. Hast du es denn auch schon mal erlebt, dass du dann etwas gesehen hast, was zu einer Problematik, zu einer Erkrankung bei einem Menschen geführt hat, wo du aber dann keine Erlaubnis hattest, da etwas zu korrigieren? Alles, was wird gezeigt, wenn die Menschen kommen, die zu mir und da schon steht, manchmal kommen sie rein, sprechen sie nicht mal ihren Namen, Vornamen, ich habe nicht mal aufgenommen, schon sehe ich, bevor sie beschwerden. Ich sage, es ist okay, danach erzählen sie mir, ich kann es nicht, es schon steht. Lassen sie mich sprechen und danach erzählen sie ihre Beschwerden und dann sehen, ob das stimmt. Und dann sitzen sie danach und sagen sie, sie haben sich alle Beschwerden geschrieben, die ich habe. Ich könnte nicht besser beschreiben, als sie haben sie. Ich habe das alles. Wie geht es da? Das, was meine Oma oder Opa hat gesagt hat, das habe ich doch alles, was sie beschrieben haben. Ich sage, ja, sie haben sie das. Aber ist das, sie haben sie bei ihnen, um zu manifestieren jetzt, diese Beschwerden, was da ist, auf der körperlichen Ebene muss auch Bereitschaft entstehen. Ein Haus wird mitgebaut ohne Fundament und es zerfällt, ja. Und so muss man zu diesen Beschwerden auch Fundament und da ist das Spiel jetzt auf der körperlichen Ebene, ja. Um diese Beschwerden, das zu erscheinen oder sowas, Zähne, Darmzustand, Darmes spielt eine Rolle miteinander. Das ist für Immunsystem, ist das eine sehr wichtige Sache. Umgang, Lebensart, wie du lebst, wie du ernährst, trinkst du, wie viel das deine Wasser. Dieser Körper entsteht 75 Prozent von Wasser, Gehirn 95 Prozent. Lungen sind auch so viel Wasser und die Menschen trinken die nicht. Wasser und das gute Wasser zu trinken. Was ist das gute Wasser? Es ist für mich jetzt, ist das die, diese Zeit zu, jetzt ist das, ist es eine, in sich eine Interview, um zu erklären, was ist das Gutes Wasser bedeutet. Auf was muss man achten, ja. Ernährung. Es gibt ganz einfache Methoden, wie kann man seine Ernährung kontrollieren. Es gibt so viele Angebote von unterschiedlichen Diäten, Ernährungsarten. Aber was ist präzis deines ist, gibt es ganz einfache Methoden rauszukriegen. Diese Sachen, alles, was Mensch muss achten in seinem Leben. Und egal, wie ich will, auf meine Beobachter Gedanken kontrollieren. Und wenn so ein Gedanke entsteht aus Traumat der Vergangenheit, ja, ja, nicht die Kinder, ja, nicht das die Dinge, es ist es, du kommst da nicht von diesem Karussell nicht raus. Warum? Jetzt ist das hier, kommt raus, wir nützen unser Gehirn, ja, 100 Prozent Potenzial, wenn der Gehirnforscher sagt, man ist das, der Gehirnforscher, ist sich Gehirnforscher noch immer ein offenes Blatt, ja, ein weißes Blatt. Aber man sagt, es ist ungefähr 10 Prozent von gesamten Gehirnzellen, Potenzialmöglichkeit, Mensch nützt von Geburt bis zum Todespunkt. Aber der Rest ist das, was gespeichert, Bewusstsein, Unterbewusstsein, Forschung und alles, ja, die bewusste Zeit, wie viel Prozent Teil Gehirn ist, wo die gespeichert, unsere ganzen Zustände für unsere Körperfunktionen, wo ist unbewusst, und da sagt über 90 Prozent irgendwie Unterbewusstsein oder unbewusst, läuft unbewusst, eine Ebene, Unterbewusstsein, andere Ebene. Diese Sachen alles, wenn ich das nütze, ich nur 4, 9 Prozent, alles was ich sehe und so 4, 9 Prozent, 9 Prozent, dann über 90 Prozent mein Potenzial nicht ausgelebt. Das ist etwas wie Menschen. Welches Potenzial in uns liegt. Und deswegen ist das da Schöpfen, diese Seelenentfaltung, Blockaden zu lösen, Kontrollgedanken zu sehen, und sagen, aha, ich komme nicht von dieser Situation, egal wie ich beobachte, wir haben gesagt, Beobachter sein, egal wie ich beobachte, aber ich wiederhole diese, wie in einem Teufelsrein, ja, dieses Rad, das ständig, ständig dreht, dann braucht man Hilfe, ja. Und wenn man das katapultiert, dann im nächsten Bereich, ja. Und was ist am Ende möchte ich erreichen? Ich möchte am Ende erreichen, dass ich nur mit 9 Prozent mein Potenzial, ich möchte viel mehr mein Potenzial nützen. Was ist das, dieses Potenzial? Das ist ja auch noch eine Frage. Auf die körperliche Ebene, auf die Ebene Bewusstsein Ebene, so Leute wie ich, das ist, diese Sehen oder mit den Händen Heilungen, ist das, im Moment kommt wie im Ausnahmezustand. Aber was, ich habe erst mal dachte, was ist denn das? Ich habe es in anderen meinen, Leute, da werden Kommentare geben, das ist irgendwelche, das ist eine Medizin, Lachende und so. Ja, ich verstehe diese Leute. Aber meine, ja, aber meine Meinung nach, egal wie ist das, Zukunft ist die energetische Medizin. Medizin, Energie. Weil, warum? Ganz einfach. Was passiert in unsichtbarer Phase, bevor die Embryo entsteht? Wie unsichtbare Phase funktioniert, bis das sichtbare Materie entsteht? Wächst die Materie, ja. Was ist die Krankheiten, zum Beispiel Krebs oder Veränderung im Körper, durch die Röntgenbilder, Computer, CT, Tomografie, MRT und so alles, feste Endpunkt, die fixiert wird schon, die Phase, wo schon entstanden. Aber die Entstehungsphase wird nicht diagnostiziert, ja. Es ist nicht feststellbar. Noch nicht. Ja. Das ist der Punkt. Mich interessiert, was passiert in diesem Bereich? Kann man da, ist das was? Wie ist das zusammenhängen? Und die Fragen, die ich mir nie als Schulmedizinin gestellt habe. Und am Ende, durch die Sendung, durch sie und diese QS24, inzwischen haben wir mehrere Sendungen gemacht, vielleicht ist die aus der Sicht, die Ursachen der Entstehung und diese Logik, Bewusstsein, Verstand, warum so breitet aus? Weil das ist, das macht mich als Mensch das, was bin ich. Wer bin ich? Wie kann es das in meine körperlichen Probleme oder in meine Glücksgefühle? Was ist das Glücksgefühl? Was ist das die Liebe? Wie ist das? Wie kann ich ohne diese alle Sachen gesund leben können? Körperlich oder psychosomatisch? Für mich, wie schulmedizinisch, psychosomatisch sprechen wir aus, der Ausdruck vielleicht, die Seele, wie man sagt, ja, Empfindungen. Für mich ist die Seele, ist die Liebe. Liebe ist die, wenn alle umfassend, was ist das Liebe, ist das, das ist das, für mich ist das die Liebe, es ist nicht so Freude, Glück und ich von Glück lache ich und die Sonne, man, nein, Liebe ist für mich, ist das Achtung, Respekt. Es ist eine Ehre mit sich, mit anderen, das ist ein Vertrauen, es ist eine Liebe, das ist eine beruhigende Stille, das ist eine Gönunghafte, es ist eine Urteillose, es ist das Annehmen, sich selbst und andere nehmen und einfach die Situation. Und Menschen mögen, so wie sie sind, ohne einen Haufen zu wollen, diesen Menschen anders zu haben, in jedem Menschen etwas Besonderes sehen und einfach in dem Moment, wo du mit diesem Menschen kommunizierst oder so, du innerlich warst, schön, du magst diesen Menschen und du magst diese Kommunikation. Und einfach, du lebst das in diesem Moment, es ist alles andere, es existiert nicht, du bist voll miteinander, zusammen miteinander, ab dem Moment, wo ist das aus, du gehst, ohne dass diese Menschen zu stören aus dem Feld, ohne dass sie ihn zu besitzen wollen. Ja. Ohne dass du besitzen willst, besitzt werden willst oder irgendwas, ohne Ansprüche, ohne was, urteillos. Ja. Genieß, 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 genieß in einer Ebene, Augenhöhe-Ebene und da ist das auf Augenhöhe-Ebene, gibt es nicht diese viele, was ich habe bemerkt, früher habe ich Alexandra sehr viel Wert gelegt auf die Ausbildung. Jetzt muss ich sagen, ich habe in erster Zeit Klicke gehabt, wir waren Klicke, ja, oder, wie sehr. Wenn die Uni, die beste Uni ist, die Sowjetunion, ja, ausnahmser Einzeluni ist und so, oder mit besonderen Können, außer dem Beruf, Gedichte, Dichten, ja, wir haben uns getroffen, ich erinnere mich, der eine könnte sie Götter zitieren, andere könnte das zitieren, ja, so, und da war es für uns, wow, wisst ihr, diese Kulturszene, ja, neben das, und jeder hat eine Vorstellung. Heute bei mir ist nicht diese, ich merke so viel, seine kann nochmal Ausbildung besonderer haben, aber ich sehe so eine, eine Beschränkung bewegt in diesem Gegebenen. Wie wiederholen wir das, was uns gelernt hat, eins zu eins, wir machen keinen Schritt, verstehst du, noch vorwärts. Weil Menschen entsteht nicht, ich habe doch das als Fundament bekommen, vielleicht einen Schritt gehe ich weiter, aber wir leben in diesem vorgegebenen Kaste. Ja, irgendwo gibt es das schon, weil sonst gäbe es dich nicht, ne, sonst gäbe es Menschen nicht wie du, die dann über den Horizont hinausgehen. Ich habe einen auf den Kopf bekommen, sagen, wieso aufgeweckt worden bin ich, ich habe Glück, ja, ich habe Glück, und deswegen, ich arbeite, meine Freundin sagen, wie kommst du denn, das kommt, und man sagt, ja, ich glaube nicht, und du sagst, nein, ist okay, ich sage, es ist in Ordnung, weil ich bin selber diese Thomas-Ungläubige gewesen bin, ich verstehe diese Leute sogar sehr gut. Ja, liebe Bachit, nur wir sind leider schon wieder am Ende unseres Interviews angelangt, die Zeit vergeht so schnell mit dir, aber es ist ja immer so, wenn die, wenn es schön ist, dann vergeht die Zeit wie im Flug, ne? Also, ich danke dir sehr für diese sehr weisen und für diese sehr wertvollen Worte, die du uns geschenkt hast im Zusammenhang mit, wie sollten wir miteinander umgehen, bedingungslose Liebe oder was ist Liebe überhaupt, ne, und wie sollten wir auch mit uns selbst umgehen, und ich hoffe, damit konnten wir den Menschen auch eine Perspektive mehr liefern für heute. Ich freue mich schon auf unsere nächsten Gespräche, liebe Bachit, nur, und wünsche dir in der Zwischenzeit wieder viele tolle Erfahrungen mit deinen Klienten und dass du hier wieder viele Lösungen schaffen kannst mit deiner Gabe. Ich danke dir, Alessandra, es war sehr schön mit dir. Danke. Es ist sehr schön. Auch Ihnen sage ich ganz herzlichen Dank, liebe Zuschauer. Ich hoffe, Sie haben jetzt auch eine neue Perspektive auf Ihre Gedanken und gehen mit Ihren Gedanken vielleicht auch ganz anders um. Und, ja, wir haben jetzt noch gar nicht erwähnt, wo wir die Bachit nur finden, aber wenn Sie es uns auf YouTube schauen, dann finden Sie den Link auf jeden Fall in der Beschreibung, falls Sie das Gefühl haben, bei Bachit nur sind Sie gut aufgehoben und das werden Sie sicherlich. In der Zwischenzeit wünsche ich Ihnen alles Liebe und Gute, passen Sie gut auf sich auf, achten Sie gut auf sich, seien Sie liebevoll zu sich selbst und zu Ihrer Umwelt, dann ist alles gut. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.